Deutschland in der Schuldenfalle. Knapp sieben Millionen Menschen sind überschuldet. Etwa 90.000 melden jedes Jahr Privatinsolvenz an. Ein bedrückendes, schlechtes Gewissen, Scham. Tja, was soll ich noch sagen? Sie berät Schuldner in einer der ärmsten Gegenden Deutschlands im Nordwesten von Brandenburg, Marlies Schmidt. Wir können nicht nur die Schulden sehen, wir müssen das Leben sehen. Lebensberatung. Bevor sie kommt, waren sie oft schon auf Hausbesuch. Gerichtsvollzieher wie Roland Peller. Sie pfänden, räumen und vollstrecken. Ja, ich habe jetzt einen Haftbefehl gegen Sie. Und da geht es um 309,40 Euro plus Kosten. Der Umgang mit Menschen, die Schulden haben, erfordert starke Nerven und sehr viel seelische Stärke. Schlimm ist immer dann, wenn der Suizid genommen wurde. Und das ist dann schon immer ganz schön schwer, das zu verdauen. Wenn man ihm hätte helfen können. Das ist dann schon schwer. Ein Landkreis in Hessen. Das Arbeitsgebiet von Obergerichtsvollzieher Roland Peller. Gut 100 Fälle bearbeitet er jeden Monat, treibt jedes Jahr im Auftrag der Gläubiger mehr als eine halbe Million Euro ein. Und er bildet den Nachwuchs aus. Sadita Schimmel ist in einigen Monaten selbst Gerichtsvollzieherin und gehört dann, genau wie Roland Peller, zu den hessischen Landesbeamten. Das ist alles andere als langweilig. Es kann auch manchmal teilweise haarig und gefährlich werden, aber Angst darf man in dem Job nicht haben, sonst ist man fehl am Platz. Man darf sich auch nicht viel Gedanken darüber machen, über Einzelschicksal oder so. Sonst drehen sie irgendwann mal am Rad. Ein großer Teil seiner Arbeit besteht darin, die Schuldner persönlich aufzusuchen. Und die sind längst nicht nur einkommensschwach. Also es geht durch sämtliche Gesellschaftsschichten. Ja, die meisten Menschen leben über ihr Weltnis und ich denke, das ist der Grund dafür, dass ich dann irgendwann vor der Tür stehe oder die Kollegen. Der erste Auftrag heute für die Gerichtsvollzieher in Hessen. Ein besonders heikler. Wir haben jetzt einen Haftbefehl gegen den Herrn ***. Der ist jetzt zum EV-Termin erschienen und hat es einen Haftbefehl gegeben. So, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir die Forderung hier realisieren. Oder wenn er nicht zahlen kann, fordern wir ihn zur VHK, Vermögensauskunft, auf. Falls er die verweigert, müssen wir ihn verhaften. Und das ist der Mann, dem die Verhaftung droht. Alexander B. Er gehört eigentlich zu einer typischen Bilderbuchfamilie. Vater, Mutter, zwei gemeinsame Kinder. Dazu ein Hund, Hühner, ein kleiner Garten. Eine echte Idylle. Doch der Schein trügt. Wir versuchen das auf jeden Fall. Gerade auch für die Kinder, für mich selber. Aber wirklich idyllisch ist es nicht. Es ist auch viel Fassade nach außen. Die Probleme beginnen vor gut einem Jahr. Jennifer B. arbeitet als Krankenschwester vor allem mit Krebspatienten. Ihr Mann Alexander ist Altenpfleger. Die Familie, der Schichtdienst, der Stress. Für Jennifer B. wird alles zu viel. Sie wird krank. Also hauptsächlich kam es eigentlich dazu, dass ich eine schwere Depression bekommen habe. Dadurch, dass ich einfach mit allem überfordert war, mit dem ganzen Druck alles, wie gesagt, unter einen Hut zu bringen, war für mich sehr schwierig. Ich habe irgendwann alles auflaufen lassen, habe mich um nichts mehr gekümmert. Auf einmal fehlt ein Gehalt, doch die Kosten bleiben gleich. Man muss schon jeden Cent umdrehen. Das ist auch eigentlich das, was einen so von der Psyche her so ein bisschen runterzieht. Also wenn man dann, man hat ja gewisse Vorstellungen, wie man mal sein Leben, auch schon in jüngeren Jahren, sollte man das ja eigentlich haben, wie man sein Leben verbringen will. Und da denkt man da drüber eigentlich nicht. Man ist halt einfach mal durch einen gewissen Lebensumstand nicht in der Lage gewesen, sofort zu bezahlen. Und dann kommt man halt gleich in diese Spirale rein. Und am Ende der Spirale steht dann oft der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Ja, man hat das Gefühl, man kriegt halt, man kriegt irgendwas nicht auf die Reihe. Man hat es nicht geschafft, seine finanziellen Angelegenheiten im Griff zu haben. Ja, ein schlechtes Gefühl. Hilflosigkeit erst mal. Und Scham. Ja. Ja. Gemeinsam mit ihrem Mann Alexander arbeitet sie daran, die Schulden abzubauen. Und dazu gehören seit einem halben Jahr auch Besuche von Roland Peller. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo Peller, Gerichtsvollzieher. Sie kennen mich? Ja, genau. Kann ich mal reinkommen? Ja, kommen Sie rein. Heute haben wir ein bisschen was Unangenehmes. Okay, ich muss mich entschuldigen, also wir haben Wasserschaden, da ist es schwer Baustelle momentan. Können Sie ja nichts dafür. Alexander B. ist zu einem Termin beim Gerichtsvollzieher nicht erschienen. Jetzt will der Gläubiger von Alexander B. ihn dazu zwingen, eine Vermögensauskunft abzugeben. Ja, ich habe jetzt einen Haftbefehl gegen Sie. Einen Haftbefehl? Ja, Sie waren voll klar, sind nicht erschienen. Das ist ein Haftbefehl gegen Sie ergangen. Und da geht es um 309,40 Euro plus Kosten. Okay. Können Sie die denn bezahlen? Nee, nee. Können Sie nicht zahlen? Nee. Wie sieht es denn aus? Eiderstattliche Versicherung, beziehungsweise Vermögensauskunft müssten wir ausfüllen, dass der Haftbefehl wegkommt. Das würde ich eigentlich ungern machen. Oh. Also die eiderstattliche Versicherung? Möchte ich möglichst vermeiden. Möchte ich möglichst vermeiden. Muss ich Sie jetzt verhaften? Muss ich in JVA fahren? Die Abgabe der Vermögensauskunft will Alexander B. unbedingt verhindern. Früher war die bekannt als Offenbarungseid oder e.V. als eidesstattliche Versicherung. Na ja, so eine e.V., das wäre ja ein finanzieller Tod für mich. Also ich würde behaupten, dass ich schon noch zahlungsfähig bin, nur halt momentan nicht direkt. Von daher wäre so eine e.V. wäre einfach, ja, ich würde ja meine komplette Kreditwürdigkeit verlieren in jeglicher Form. Das wäre ja möglich, ja, das will ich möglichst vermeiden. Bevor ich aber in die JVA fahren würde, werde ich auf jeden Fall die Finger heben und würde die Vermögensauskunft ausfüllen. Wenn Sie Vermögensauskunft verweigern, können Sie bis zum halben Jahr einsetzen. Und das ist die Sache nicht wert, wegen 350 Euro. Bitter. Und das, obwohl Alexander B. voll berufstätig ist. Trotz, dass man arbeiten geht, kommt man in solche Situationen rein. Es ist einfach ein schlimmes Gefühl, ja. Man läuft dem Ganzen hinterher, man versucht das auch alles zu bereinigen. Und trotzdem bringt das alles nichts, ne. Es ist schlimm. Die einzige Möglichkeit, die Vermögensauskunft jetzt noch abzuwenden, ist zu bezahlen. Alexander B. sucht mit dem Gerichtsvollzieher nach einer Lösung. Ich müsste vielleicht, wenn, dann würde ich eher nochmal überlegen, ob ich noch einen Weg kriege, dass ich das Geld aufgetrieben kriege. Dann müsste ich nochmal telefonieren oder ich würde auf die Bank fahren, dass ich da vielleicht nochmal, das ist ja jetzt nicht die Welt. Kann man das innerhalb von zehn Minuten erledigen? Ich denke schon. Ja? Da würde ich Ihnen jetzt die Möglichkeit geben. Und der Freund sagt tatsächlich zu, Alexander B. das Geld zu leihen. So kann er die Forderung in letzter Minute begleichen. Ja gut, ich probiere Ihnen natürlich schon zu helfen. Es gibt da auch Schuldner, die sich richtig bemühen. Und denen helfe ich natürlich dann auch mit Ratenzahlung. Das freut mich natürlich dann auch, wenn ich die irgendwann nicht mehr als Schuldner begrüßen kann. Wenn ich sie irgendwann so mal sehe und sehe, sie haben es gepackt, eventuell durch meine Hilfe. Menschen mit Schulden zu helfen, der Job von Marlies Schmidt und ihrem Verein Insolvenzhilfe Prignitz. Für die 60-Jährige ist die Aufgabe mehr als Beratung in finanziellen Dingen. Es ist nicht nur ein Wegmachen von Schulden, sondern es ist ein Wieder-auf-die-Beine-Stellen eines Lebens. Etwa 2600 Einzelfälle hat sie mit ihrem Team in den vergangenen sieben Jahren betreut. Und jeder Einzelne ist anders. So wie das Leben bunt ist, so sind unsere Leute, die zu uns kommen, genauso bunt. Und jeder hat sein Leben gelebt, jeder hat seine Probleme. Der eine traut sich darüber zu reden, der andere nicht. Das eine Gespräch geht schnell vorbei, der sieht seine Schulden als eine ganz normale Geschichte. Der andere schämt sich, der andere sagt wiederum, es ist einfach passiert. Vorwürfe werden bei uns absolut, spielen überhaupt keine Rolle. Denn, wie gesagt, ich sage immer, das Leben ist bunt und es kann immer allen alles passieren. So wie Laura S. Die 25-Jährige hat aktuell etwa 30.000 Euro Schulden. Mit Freund und zwei Katzen lebt sie in der Nähe von Perleberg, ist kürzlich an Krebs erkrankt. Die Vergangenheit von Laura S. ist sehr bewegt. Als sie elf ist, stirbt der Vater. Die Mutter ist völlig überfordert. Laura kommt ins Heim. Mit 17 die erste eigene Wohnung. Sie tappt sofort in die Schuldenfalle. Ich habe keinen Rückhalt gehabt, absolut nicht. Mit den Freunden war es dann auch alles schwierig. Ich habe mich dann eben nur auf einen Partner fixiert, alles andere liegen gelassen. Ja, dann kam die Depression halt dazu und habe mich total eingemauert im Endeffekt. Und habe dann eben bestellt oder irgendwie Geld ranzukriegen oder mir schöne Sachen zu kaufen, die ich mir eigentlich gar nicht leisten kann. Einfach, um mir selber so ein paar Endorphine zu geben oder so. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. War dann schon irgendwie eine Sucht auch, das zu bestellen. Vor fünf Jahren wird sie mit 20 Mutter. Sie leidet an einer bipolaren Störung, ist manisch-depressiv. Laura S. verfällt falschen Freunden, verdrängt ihre Probleme. So, vorher habe ich mich da immer hinterher versteckt und ja auch irgendwo, ja, mich mit Lügen verbaut, weil ich ja auch nicht wollte, dass jeder eben weiß, dass man verschuldet ist. Aber ja, mittlerweile ist es mir eigentlich egal, weil ich habe nur einen Kampf noch vor mir und das ist der Schuldenkampf und der Kampf um meinen Sohn. Den hat sie vor zweieinhalb Jahren das letzte Mal gesehen. Der ist jetzt vier Jahre alt, wird im Sommer fünf und ich musste damals eben wegen den Schulden in Haft und habe dadurch meinen Sohn verloren. Habe mich ans Jugendamt gewendet und habe gesagt, ich muss jetzt in Haft, könnt ihr mir helfen. Kam der Kleine halt in die Pflegefamilie und ja, als ich wieder rauskomme, hat der Vater das Sorgerecht gehabt. Und um das Sorgerecht wird nun gestritten. Ja, weil der Vater eben sagt, die ist verschuldet, die kriegt ihr Leben sowieso nicht auf die Reihe, die ist depressiv, die kann sich nicht um ein Kind kümmern. Und ja, ich bin aber, denke ich, auf einem guten Weg, dass ich mich um ein Kind kümmern kann und ich bin definitiv eine gute Mutter. Bei ihrem Kampf gegen die Schulden wird Laura von Marlies Schmidt unterstützt. Die Insolvenzhelferin ist auf dem Weg zu ihrer Klientin. Also bei Laura fing ich an zu schlucken, als sie mir ihr Leben erzählt hat. Sie hat dann auch erzählt, dass sie in Therapie ist und dann hat sie mir ihr Leben erzählt. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, in so einem kurzen Leben schon so viel erlebt. Gut, da müssen wir was tun. Heute, vier Wochen nach dem ersten Gespräch in der Schuldnerberatung, kommt Marlies Schmidt mit ersten Ergebnissen zu ihr. Hallo. Hallo. Kommen Sie rein. Ja. Wow. Hallo. Wie geht es Ihnen nach unserem ersten Gespräch? Ach ja, schon ein bisschen besser. Doch einiges passiert. Ja, erzählen Sie mal. Ich habe jetzt einen Minijob erstmal. Boah, eine Tür ist aufgegangen. Ja, und ich habe mich jetzt beworben in Wittenberge bei der Erzieherschule. Schön. Dass ich im Sommer meine Ausbildung halt anfangen kann. Super. Ja. Und das schaffen Sie auch. Ja, doch. Das ist mein Traum, auf jeden Fall. Und gesundheitlich? Na, geht. Die 25-Jährige hat keine Ausbildung. Der Minijob bietet ihr die Möglichkeit, ins Berufsleben einzusteigen. Ich freue mich riesig, dass sie eine Arbeit gefunden hat. Und wenn es nur vier Stunden sind, sie ist draußen, sie kann etwas tun. Und ich freue mich auch darüber, dass sie den Gedanken der Ausbildung zum Erzieher, den wir im Erstgespräch hatten, aufgenommen hat. Sie nimmt also auf, entscheidet für sich selbst und setzt um. Und das sind ja die drei Sachen, die jeder von uns machen müsste. Aber viele bleiben dann schon beim Aufnehmen hängen. Und beim Umsetzen kommen sie erst recht nicht an. Noch ist die Schuldnerberaterin dabei, alle Briefe und Papiere ihrer Klientin zu sortieren. Es gibt viele Türen, die aufgehen können. Ja. Und ein paar sind schon offen bei Ihnen. Auf jeden Fall. Und hier sind wir so weit, dass wir uns das nochmal angeguckt haben. Bußgelder, die müssen bezahlt werden. Und wenn, kann man das auch in kleinen Schritten machen. Also es ist auch kein... In kleinen Raten. Ja, in kleinen Raten. Es ist kein Problem, es ist lösbar. Wir machen die Gläubigerübersicht, wir machen einen außergerichtlichen Schuldenregulierungsplan. Wir schreiben die Gläubiger dann wieder an, wir bieten ihnen auch ein bisschen was an. Für ihre Arbeit als Schuldnerberaterin bildet sich Marlies Schmidt ständig weiter. Wer Schuldenberatung sieht nur als finanzielle Unterstützung und Sorgen freimachen durch Schulden wegmachen über das Insolvenzverfahren oder über den Schuldenregulierungsplan und Vergleiche, der ist falsch am Platz. Ganz eindeutig falsch am Platz. Das ist eine ganz umfangreiche Hilfe, die da kommen muss. Von der sozialpädagogischen, therapeutischen Hilfe angefangen, um, ich sag immer, die Saat zu legen, das Leben neu zu gestalten. Sie haben eine Odyssee hinter sich an Krankheit und vielen anderen Schicksalsschlägen. Ja, jetzt geht's aber wieder bergauf. Und jetzt geht's hoch. Auf jeden Fall. In Hessen sind Obergerichtsvollzieher Roland Peller und seine Auszubildende unterwegs zu ihrem nächsten Fall. Manchmal bekommen wir das voll zu spüren, wenn die Leute sauer auf die Regierung oder auf den Staat oder sonst was sind. Wir verkörpern den Staat, wir sind halt die Brillböcke, wir bekommen das voll ab. Gerichtsvollzieher Anwärterin Sarita Schimmel nutzt jede Gelegenheit, um sich mit ihrem Ausbilder auszutauschen und von seinen 20 Jahren Berufserfahrung zu lernen. Also mit der Zeit bekommst du ein Händchen dafür, wie die Leute dir schon begegnen an der Sprechanlage. Da kannst du schon etwa abwägen, was auf dich zukommt. Der nächste Besuch der Gerichtsvollzieher führt zu einem Vater mit Sohn. Hans-Dieter P. ist gerade erst in eine neue Wohnung gezogen. Schönen guten Tag, Herr P***. Schönen guten Tag, Herr Peller. Na, wie geht's? Naja, es geht so einigermaßen. Wollen wir mal reinkommen? Aber sicher. Hans-Dieter P. ist 58 Jahre alt. Stress wegen Schulden hat er seit über 20 Jahren. Das war 1995 in etwa, da fing der ganze Spaß an. Da habe ich damals eine Freundin gehabt, bin bei der Firma Holzmann als Hochgrundführer gewesen. Sehr viel Geld verdient. Die Frau hat es natürlich auch untergebracht, muss ich dazu sagen. Mir ging es ziemlich gut, habe mich nachher von der Frau getrennt. Die Frau hat mich natürlich dann in die Schulden reingeritten, habe ich in etwa in D-Mark-Zeiten 50.000 Mark Schulden gehabt. Damit ging es eigentlich los. Arbeitslosigkeit, Alkohol, Autofahren, eine unheilvolle Allianz, die ihn weiter in die Schuldenfalle treibt. Ich habe viel Geld vertrunken. Mein Führerschein hat mich gekostet in etwa 160.000 D-Mark. Ist mit einer der teuersten Führerscheine der Welt. Viele Unfälle. Ich habe dreimal Führerschein abgenommen gekriegt, wegen Alkohols. Und dreimal haben sie mich erwischt, fahrens ohne Führerschein, mit Alkohol. Ich habe 25 Jahre keinen Führerschein gehabt. Ich habe 14 MPUs gemacht. Seit einem Dreivierteljahr lebt Sohn Justin bei seinem Vater. Der 15-jährige Schüler bekommt statt Taschengeld das komplette Kindergeld auf sein Konto. Dass sein Vater Schulden- und Geldprobleme hat, geht nicht spurlos an ihm vorbei. Also ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber man kriegt Sinn, ja. Geld spielt für mich keine wichtige Rolle. Solange ich mich irgendwie mit meinem Dad über was halten kann, geht das alles. Der Besuch vom Gerichtsvollzieher gehört mittlerweile zum Alltag. Obwohl Justin erst 15 ist, bezieht ihn sein Vater in alles mit ein. Also wir machen alles Geldtechnische eigentlich zusammen. Also wenn er irgendwie Hilfe braucht, dann, ich habe ja auch meine eigenen Sachen, meine eigenen Ersparnisse, dann helfen wir uns so gegenseitig. Also ich leih ihm Geld, er gibt mir das Geld zurück. Selbst wenn es mal Sprüche in der Schule gibt, prallen die an ihm ab. Sagt er. Ich habe nicht so ein hohes Scheimgefühl. Also wenn jemand sich darüber lustig machen kann, dann wünsche ich dem viel Spaß, aber mir macht das nichts. Also ich habe meinen Respekt in der Klasse und damit bin ich zufrieden. Hans-Dieter P. hat zu lange über seine Verhältnisse gelebt. Das hängt ihm bis heute nach. Seit zwei Jahren ist er krankgeschrieben, lebt vom Arbeitslosengeld und kleineren Hilfsjobs. Ich versuche nicht zu betteln. Also das wäre das Letzte, was ich machen würde. Ich bin aber auch nicht abgeneigt, mir helfen zu lassen. Das heißt, ich war auch schon bei der Schuldnerberatung wieder. Nur jetzt, ich habe die Unterlagen nicht zusammen. Ich kriege die Unterlagen nicht zusammen, die ich bräuchte, um da zu sagen, das, das, das ist jetzt angelaufen. Ich kriege es nicht zusammen. Das meiste Zeug ist weg. Was allerdings immer noch da ist, sind seine Schulden. Und die hat er bei mehreren Gläubigern. Diese beauftragen Obergerichtsvollzieher Roland Peller, möglichst viel Geld einzutreiben, um wenigstens etwas zurückzubekommen. Es geht hier um einen Strafzettel. Ja. Und zwar ist da eine Forderung offen von 68, 65. Bußgeldbescheid haben Sie wahrscheinlich in der Bahnhofstraße, wie es aussieht, verkehrt geparkt. Ja, ich denke mal, ich kann mich weithin entsinnen. Wie sieht es denn aus? Können Sie zahlen? Ja, aber sicher. Das Geld habe ich momentan da. Ist da? Ja. Sehr gut. Dann machen wir das auch gleich. Dann machen wir das gleich. Wir schreiben die Quittung und dann ist der Fall erledigt. Ist in Ordnung. Gut. Das ist halt, es tut mir leid. Kein Problem. Bei uns geht es halt ein bisschen momentan drunter und drüber. Das Problem bei solch kleinen Beträgen, auch sie summieren sich. Das Falschparken an sich hätte nur 30 Euro gekostet. Durch die Mahnungen und das Einschalten des Gerichtsvollziehers muss Hans Dieter P. jetzt mehr als das Doppelte zahlen. Das Problem ist, ich bin jetzt zweimal umgezogen und ich nehme stark an, da ich keinen Rücksenderantrag gestellt habe, ist das allnauernd hin und her gegangen, bis es dann beim Herr Peller gelandet ist. Und da wird wahrscheinlich auch noch mehr kommen. Wie viel Schulden er genau hat, weiß er nicht. Der 58-Jährige hat schlichtweg den Überblick verloren. Ein Zurückzahlen scheint unmöglich. Ich schätze jetzt mal so im Kurven zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Ich denke mal, dass die Gläubiger dann nach und nach, so wie er gesagt hat, bei mir eindrudeln. Ich habe zum Beispiel von der Volksbank, habe ich nochmal ein Schreiben gekriegt über, ich glaube, 500 oder 600 Euro, die ich angeblich noch da bezahlen müsste. Die kann ich nicht bezahlen. Warten wir es einfach ab, wenn was bei mir eingeht, melde ich mich bei Ihnen und bis dahin sage ich Tschüss. Okay, danke schön. Macht's gut, gell? Ebenfalls, danke, tschüss. In der brandenburgischen Prignitz führt Laura S. den Kampf gegen ihre Schulden gemeinsam mit Marlies Schmidt. Die Schuldnerberaterin erfährt im Gespräch persönliche Hintergründe. Ja, es fing halt eben schon früh an, als mein Papa gestorben ist und meine Mutter eben auch ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation war. Und ja, dann ging es auch schnell ins Heim, weil meine Mutter mit mir überfordert war, ich habe ja noch einen kleinen Bruder. Und ja, von da an, erste Wohnung mit 17, da hat man dann einfach bestellt, wahllos, obwohl man eigentlich noch gar nicht bestellen durfte. Briefe wurden immer mehr. Irgendwann habe ich sie gar nicht mehr geöffnet. Ja, und dann habe ich mich vergraben. Mir war es natürlich auch peinlich, wenn dann irgendwie mein Freund oder so mitgekriegt hat, oh, schon wieder ein gelber Brief oder schon wieder ein Gerichtsvollzieher. Ich arbeite da definitiv dran und alles, was mir nicht gut tut, schüttel ich einfach nur von mir ab und lasse ich gar nicht mehr an mich hin. Das ist auch gut so. Ja. Und ich denke, das würde Ihnen hier gut tun? Auf jeden Fall, das denke ich auch. Finden Sie immer den Weg zu uns, wenn Fragen sind? Die Schuldnerberaterin ist auch psychologisch ausgebildet, arbeitet mit einem Expertennetzwerk zusammen. Wenn ich nur diesen einen Faktor wegmache und die Umstände belasse, dann wird sich nichts verändern. Also ich muss schon ringsherum klar machen, okay, die Bedingungen sind jetzt so, dass sie neu durchstarten kann. Deswegen interessiert mich auch ihr Leben, deswegen interessiert mich auch die Erkrankungen oder die Hemmnisse, die noch vorhanden sind, welchen Weg sie in der nächsten Zeit geht, um dort auch mit denen zu arbeiten, die sie begleiten. Denn das sind unsere Partner. Etwa 30.000 Euro Schulden haben sich bei Laura S. angehäuft. Sie lebt von Hartz IV und einem Minijob. Erste Versuche, sich selber um Ratenzahlungen zu bemühen, hat sie schnell aufgegeben. Ich habe es immer wieder versucht. Ich habe auch immer wieder irgendwelche Leute angeschrieben und habe immer gesagt, Ratenzahlungen 10 Euro. Aber wenn ich jedem meiner Gläubiger 10 Euro geben würde, würde ich gar nicht schaffen, mein bisschen, was ich habe. Das Schuldenthema rückt in den nächsten Wochen in den Hintergrund, denn es steht eine Chemotherapie an. Sie soll sich jetzt erst mal um sich und um ihre Genesung kümmern und dann kann man weitersehen. Und weil wir ihr den Rucksack ja abnehmen wollen, den Rucksack der Schulden, ist das zum jetzigen Zeitpunkt der einzigste Weg. Empfinde ich auch nicht als sehr schlimm für sie, weil sie hat ja noch vier Lebensjahre vor sich. Der Antrag für ihre Privatinsolvenz wird jetzt beim Gericht gestellt. Und wenn was ist, melden sich. Auf jeden Fall mache ich. Tschüss. Innerhalb von sechs Jahren kann Laura S. damit ihre Schulden abbauen und neu starten. Und jeder sollte irgendwie aufwachen früher, weil, ja, ist echt scheiße. Es macht einem ja auch das Leben nicht leichter im Endeffekt. Wenn man ein Haus bauen möchte, irgendwie mit 30 oder 35, was irgendwie andere machen kannst du nicht, weil du kriegst ja keinen Kredit. Oder, ja, Lohnverdienst 1,6 oder so, ja, aber kriegst nur 1,1, weil das Rest wird gefendet, ist ja irgendwie doof. Und dann hat man ja auch gar keinen Antrieb, irgendwie arbeiten zu gehen, weil wird ja sowieso gefendet. Daher früher aufwachen wir auf jeden Fall und den Fehler nicht machen. So, schauen wir mal. Obergerichtsvollzieher Roland Peller und Anwärterin Sadita Schimmel sind auf dem Weg zum nächsten Hausbesuch. Ach, guten Tag. Ich habe heute Verstärkung mitgebracht. Das ist die Frau Schimmel, die ist bei mir in Ausbildung. Birgit A. ist 54 Jahre alt, geschieden und ohne Arbeit. Da geht es um eine Forderung von der Firma. Mhm, ich weiß das. Sie kennen das auch. Ist nicht so hoch. Es sind ungefähr inklusiv Kosten, na, so 470 Euro, 480. So in dem Dreh. Wie sieht es denn aus? Können Sie zurzeit bezahlen? Ist irgendwas möglich? Wie soll ich das machen? Von was leben Sie denn? Arbeitslos sind die zwei. Was haben Sie zur Verfügung? Nicht alles abrechnen, ne? Kleinen Monat 200 Euro. Zum Leben? Mhm. Schnapp, oder? Nee, gut, da sehe ich einen, da geht gar nichts. In diesem Fall bleibt Roland Peller nichts anderes übrig, als sich in der Wohnung umzusehen. Denn er arbeitet im Auftrag der Gläubiger, die ihr Geld wiederhaben wollen. Ich würde Ihnen vorschlagen, ich schaue mich jetzt hier mal um, ob irgendwas zu finden da ist. Ja. Dann würde ich Sie bitten, mal die Schubladen aufzumachen, dann gucken wir mal kurz rein. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, Roland Peller muss sich davon überzeugen, dass hier nichts Wertvolles versteckt wird. Ja, Schmuck, Bargeld und diverse wertvolle Gegenstände. Fast immer aber sind es sogenannte erfolglose Pfändungen, die er in Wohnungen wie dieser vornimmt. Was soll ich zum Beispiel hier in der Wohnung fänden? Es ist ein alter Fernseher da, der ist, ich schätze mal so um die 25 Jahre. Bringt nichts, wenn ich das finde. Nein, was wollen Sie mitnehmen? Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins nächste Zimmer. Ja, was haben Sie da? Schweres Vögel? Ja, kein neues Vögel. Zwei Tiere, die mehr sind als nur Hausgenossen. Alles gut? Semmi. Ja, ja. Und Felix. Das ist genau ein Jahr, wo ich das habe. Und mein Bruder hat es mir geschenkt. Und auch den Käfig, der auch sehr teuer ist. Und die sind mir sehr wichtig. Nee, das ist für mich toll. Von jedem Hausbesuch wird ein Protokoll erstellt und genau vermerkt, was gefunden und eventuell gepfändet wurde. In diesem Fall nichts. Wäre jetzt ein Wunder, wenn wir jetzt die Schublade aufmachen würden und es würden jetzt da 1000 Euro drin liegen. Nach einer guten halben Stunde ist auch dieser Besuch erledigt. Die Frau Schimmel macht jetzt noch eine erfolglose Fendung und dann wären wir soweit. Wir haben jetzt alles gesehen. Das war's, dann machen Sie es gut. Tschüss. Vielen Dank nochmal. Fälle wie der von Birgit A. beschäftigen den Obergerichtsvollzieher länger. Also wenn sie nochmal eine Arbeit hätte, ich denke, es ist doch überschaubar. Also die Schulden, die sind, denke ich, überschaubar. Es ist schwer zu sagen, aber wenn sie weiterhin von Hartz IV lebt, dann ist es halt hoffnungslos. Was sehr schade ist. Das Perleberger Büro der Insolvenzhilfe Prignitz. Ihr erster Gang führt Schuldnerberaterin Marlies Schmidt ins Archiv. Die Tüte hier und dann ist hier auch noch was drin im Karton. Vielleicht auch noch alles voll. Er hat die Übersicht doch verloren. Ist schon nicht so ganz ohne. Aber du bist ja schnell. Und du liebst ja Akten. Danke. Marlies Schmitzmann Arno sortiert die Massen von Papieren der einzelnen Schuldner. Die landen in ganz unterschiedlicher Form auf seinem Tisch. Mal mit Kartons, großen, noch größer als die hier, so in der richtigen, so wie hier oben zum Beispiel steht. So in Kartons oder auch in Wäschekörben und in verschiedenen Plastetaschen. Ja, dieser ganze Haufen muss auch erstmal sortiert werden. Wird nach Gläubigern, nach Inkasseunternehmen sortiert. Also jede einzelne Forderung. Und wird dort fein, säuberlich registriert. Kaum einer ihrer Klienten hat geordnete Unterlagen. Wer Schulden hat, verliert oft den Überblick. Die Schuldnerberatung ist dann der letzte Ausweg. Es ist ja auch nicht so einfach, zu einer Schuldner- und Insolvenzberatung zu gehen. So sind wir als Menschen. Wir versuchen erst alles alleine klar zu kriegen. Und deswegen sage ich immer, es ist wichtig, das Leben des Menschen zu kennen. Denn er hat ja sicherlich irgendwann mal gearbeitet. Sein Leben war mal total anders gestrickt, als es jetzt ist. Und ein Mann braucht im Durchschnitt acht bis zehn Jahre, um den Weg hierher zu finden. Eine Frau kommt schneller, bis zu sechs Jahre. Wer sich seinen Geldproblemen nicht stellt, sondern sie verdrängt, schlittert immer weiter in die Misere. Und irgendwann steht dann der Gerichtsvollzieher vor der Tür, wie bei Birgit A. Kein gutes Gefühl. Für mich nicht. Unangenehm. Aber ich sage, okay, ich versuche ja alles. In die Schulden rutscht Birgit A., weil sie falschen Freunden vertraut, zu viel Geld ausgibt und Verliehenes nicht zurückfordert. Ich habe es immer gut gemeint mit anderen Menschen. Immer. Und ich habe mich immer darauf verlassen, ja. Aber dann kam nichts mehr, ja. Und ich bin halt so, ich kann mich manchmal dafür ohrfeigen, dass es gut möglich wäre. Birgit A. hat nicht viel und kann sich auch nicht viel leisten. Aber sie sorgt für ein gemütliches Zuhause, hält es sauber. Sie ist genügsam. Ich bin damit zufrieden. Und das muss ich wirklich sagen. Ich verhungere nicht. Ich habe ja alles da. Brot ist ja alles da, was ich brauche. Und deswegen, wenn ich Lust habe, okay, wenn ich nur ein Stück Brot, ja. In ihrem Alter noch einmal einen Job zu finden, ist schwierig. Aber die 54-Jährige glaubt an sich, trägt nebenbei seit Jahren Zeitungen aus, um ein bisschen was zu Hartz IV dazu zu verdienen und Stück für Stück die Schulden abzuzahlen. Aber ich komme schon raus. Ich weiß das. Es war ein langer Weg, aber ist egal. Das interessiert mich nicht. Lange ist es noch da, aber vielleicht zwei Jahre. Hoffentlich, ja. Dann komme ich raus. Und das habe ich auch. Weil ich bin eine Kämpfer in Natur. In Brandenburg ist Marlies Schmidt unterwegs zu ihren nächsten Klienten. Nach dem ersten Gespräch, das immer in der Beratungsstelle stattfindet, macht sie in Ausnahmefällen auch Hausbesuche. Die Sicherheit des Zuhauses ist für viele das A und O. Und diese Sicherheit ist für viele auch ganz wichtig, um über das zu sprechen, was sie bedrückt. Wenn wir das nicht rausbekommen oder wenn wir da nicht versuchen, zu korrigieren oder Hilfe anzubieten, dann werden wir das mit den Schulden auch nicht in den Griff kriegen. Heute ist sie auf dem Weg zu einem Rentner-Ehepaar. Also zu mir gekommen ist die Frau S***. Ganz doll niedergeschlagen. Die hatte kein Vertrauen. Sie ist, sie hat sich ganz doll geschämt, zu uns zu kommen. Aber wir haben sie, wie gesagt, jeder von uns. Und das ist bei uns halt einfach so. Hat sie mit offenen Armen angefangen und hat gesagt, gut, werden wir sehen, gucken wir uns alles an, kriegen wir hin. Die Frau, von der sie spricht, ist Evelin S., 68 Jahre alt. Den Gang zum Briefkasten hat sie in der Vergangenheit oft gescheut. Immer nur Rechnungen und Mahnungen. Das Ehepaar S. ist statistisch gesehen typisch für Deutschland. Vier von fünf neu überschuldeten Menschen sind älter als 50 Jahre. Schauen wir mal, was für Überraschungen dabei sind. Ah, er konnte ausziehen. 2054 im Minus. Vier? 2054. Das ist ja gut, oder? Na gut nicht, aber nichts zu ändern. Als die beiden aus Berlin wegziehen, beginnen die Probleme. Das Rentnerpaar bleibt bei seiner alten Bank, verliert den Überblick über seine Finanzen. So langsam wird es dann bedrohlich. Und das ist einfach zu fern, wenn die Bank so weit weg ist und man, ich kann nicht umgehen mit Computer oder sonst irgendwas, kann mir keinen Zwischenbescheid irgendwo holen und muss immer auf die Kontoauszüge warten. Und das ist einfach nicht zeitnah genug. Ich kann nicht reagieren, so schnell wie man dann müsste. Und dann sammelt es sich und das ist nicht gut. Als sich die ehemalige Kindergartenleiterin aus der Nähe von Berlin und der Fernfahrer aus Kaiserslautern vor 17 Jahren kennenlernen, haben beide schon ein bewegtes Leben hinter sich. Das war mein Mann, als ich ihn kennenlernte. Als Fernfahrer unterwegs, quer durch Deutschland und durch das Ausland. Und mit diesem Auto bin ich auch mitgefahren, bis nach Spanien und zurück. Von Urlaub oder Fernreisen können die beiden seit Jahren nur träumen. Das hat sich nach und nach aufgebaut. Und zwar vorher schon, er war oft arbeitslos als Fahrer und hat immer wieder versucht, irgendwo Fuß zu fassen. Es war meistens nicht von Dauer. Ja, hier drüben im Osten war es schlecht. Im Westen hatte ich immer meine feste Arbeit. Das war natürlich ein Problem. Ihre Hausbank bietet ihnen einen Umschuldungskredit, der natürlich nochmal Geld kostet. Und dann kam die Bank und hat uns die Sache schon machthaft gemacht. Alles, kein Problem, wir übernehmen die Sache. Und das war der Fehler. War auf einer Seite gut gemeint, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, durch das Fernsehen. Gut gemeint war das nicht, das war, wie ich denke, gut gemeint. Sie haben verdient. Lange versuchen die beiden zu sparen, drehen jeden Cent dreimal um. Doch es reicht nicht. Ja, ich muss das Geld zusammenhalten. Meine Frau hat sich bestimmt schon zehn Jahre keine Kleider mehr gekauft. Nichts? Das reicht ja auch, die Alten aufzutragen. Das reicht. Man kann mal kombinieren, mal wieder was anderes. Bei mir ist es dann, ich werde dann bösartig. Wieso geht das nicht? Obwohl ich mich nicht ums Geld kümmere, das macht sie. Aber wenn dann was fehlt, dann weggehe ich. Du kannst dir doch Kleider kaufen. Nee. Muss nicht sein. Das ist eigentlich schon was bei mir noch Gutes, dass Ewi noch da ist. Wenn das nicht wert, dann wäre ich, wenn ich meine Pistolen mit mir schließe. Ihre Hoffnung heißt jetzt Marlies Schmidt. Die Schuldnerberaterin hat einen ersten Überblick über die Finanzen zusammengestellt. Moin. Tag. Thomas, da war? Ja. Wir müssen ein bisschen was bereden. Können wir machen. Und da sie letztens Probleme hatten mit dem Gen, hab ich gedacht, komm ich her. Was wird das Ehepaar erwarten? Wie hoch sind die Schulden wirklich? Wir haben mal sortiert. Ist doch einiges zusammengekommen. Also wir waren beim ersten Durchblicken bei 26.000 von den Unterlagen, die hier sind, die sie uns gegeben haben. Bei den Krediten stehen sie immer als zweiter Kreditnehmer mit drin. Und daraus ergibt sich, und dann kamen noch so einige Versicherungen, wo noch Offenstände waren. Ja, ein paar haben wir gefunden. Ein paar haben wir gefunden. Da ist vieles durch die zwei Umzüge auch untergegangen wahrscheinlich. Genau. Nochmal, das sind keine Vorwürfe. Das ist einfach, wir müssen es ja klären. Wir müssen es ja klären, damit sie ohne Last weiterleben können. Es ist ja schön, dass sie zu uns gefahren haben. Das ist das Ziel, ja. Und unser Ziel, unser gemeinsames Ziel war, sie ja schuldenfrei zu bekommen. Der einzige Weg, Frau S. muss in die Privatinsolvenz. Ihr Mann hat die bereits hinter sich. Man hat eine Chance, man hat einen Weg. Und man hat die Möglichkeit, den Ballast irgendwann wegzulegen. Wegzulegen. Den haben Sie ja bei mir abgegeben. Den haben Sie jetzt erstmal bei mir abgegeben. Sie bearbeiten den. Und ich habe den in den Höfter gepackt und da ist er drin. Ja, hört sich gut an. Genau, und da wird er jetzt bearbeitet. Sehr schön. Dennoch, der Gang zur Schuldnerberatung war schwer für die 68-Jährige, die ihr Leben lang gearbeitet hat. Ein bedrückendes, schlechtes Gewissen, Scham. Tja, was soll ich noch sagen? Es war schwierig, den Weg zu finden und überhaupt zu gehen. Dort zu klingeln und zu sagen, ich kann nicht mehr. Hingepackt. Und Gott sei Dank waren das alles nette Leute. Es war ein freundlicher Empfang. Es war Mut zu sprechen, Vertrauen auszusprechen und dass man sich wirklich in gute Hände begeben kann und dass einem geholfen wird. Das hat man gemerkt. Das hat ausgestrahlt. Ja, ich habe da auch gar keine Bedenken mehr, dass irgendwo etwas schief gehen könnte. Ein neuer Arbeitstag für Obergerichtsvollzieher Roland Pähler und Gerichtsvollzieheranwärterin Sadita Schimmel. Zweimal pro Woche halten sie im Gericht ihre Sprechstunde ab. Der erste Gang führt beide in die sogenannte Gerichtsvollzieher-Verteilerstelle. Hier in den Postfächern landen täglich die Aufträge der Gläubiger für alle Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts. Das sind jetzt unsere Gerichtsvollzieher-Aufträge. Das sind Zustellungsaufträge, Empfindungsaufträge, so wie Verhaftungsaufträge. Alles, was so für uns eingeht, geht hier über die Gerichtsvollzieher-Verteilerstelle ein. Hier haben wir unsere acht Gerichtsvollzieher-Fächer dafür. Und jetzt gucke ich erst mal, ob ich auch zuständig für die Sachen bin. Bis zu 115 Aufträge bearbeitet Roland Pähler pro Monat. Seit 20 Jahren arbeitet der 51-Jährige als Gerichtsvollzieher, bildet regelmäßig Nachwuchskräfte wie Sadita Schimmel aus. So, wollen wir mal sehen, wie heute alles kommt. Fünf Stück habe ich geladen. Nimmst du die Vermögensauskunft beim ersten Mal ab? Ja. Und dann schauen wir mal, bis weiter geht, okay? Fünf Schuldner sind für heute vorgeladen. Oft erscheinen gerade mal einer oder zwei. Die Schuldner werden zur Zahlung aufgefordert oder müssen die VAK die Vermögensauskunft abgeben. Wenn der Herr jetzt kommt und dann fängst du an mit der Belehrung und nimmst die VAK ab. Ich sitze daneben, ja? Alles klar. Okay. Ihr erster Fall heute, Walter L., 69 Jahre alt. Er möchte nicht erkannt werden. Es ist mir nicht peinlich, dass ich Schulden habe, aber ich weiß, dass ich komme aus einem kleinen Ort. Mich kennt jeder und da redet sowieso einer über den anderen. Dann werde ich doch in Schmutz getreten und das möchte ich nicht. Aber er ist bereit, offen über seine Schulden zu sprechen. Und wie es dazu kam, dass er regelmäßig den Gerichtsvollzieher zu Gesicht bekommt. Durch meine gescheitete Ehe bei der ganzen Aktion habe ich alles verloren. Meine Frau hat mich verlassen, hat die Wohnung ausgeräumt, hat Schulden gemacht. Ich war selbstständig. Und hat das Baby von dreieinhalb Monaten zurückgelassen. Und ich musste dann sehen, wie ich dann zurecht kam. Trotz 350 Euro zusätzlichem Nebenverdienst, kommt er nicht runter von seinen Schulden, muss deshalb mit seinen fast 70 Jahren immer wieder zum Gerichtsvollzieher. Glauben Sie mir, ich stand manchmal davor und wollte ihm ein Stück nehmen. Heute ist er im Amtsgericht Wetzlar vorgeladen, weil eine Firma Geld von ihm fordert. Die hat eine Forderung, ca. 6300 Euro. Wie sieht es aus? Können Sie da was bezahlen? Geht nichts. Gehen auch keine kleinen Daten? Ich beziehe 700 Euro an Ende, netto. Bezahle meine Miete. 250 Euro, bezahle meinen Strom. Geht nichts. Um das abzukürzen, ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Dann müssen wir die Vermögensauskunft ausfüllen. Und das wird meine Kollegin machen. Die VAK, die Vermögensauskunft, war früher bekannt als Offenbarungseid oder eidesstattliche Versicherung. Der Gläubiger bekommt dadurch Einblick in das Vermögen des Schuldners. Sie können gegen die Eintragungsanordnung Widerspruch einlegen, können aber auch jetzt heute schon darauf verzichten. Ich verzichte. Okay, dann nehmen wir das gleich zum Protokoll. Dann würde ich jetzt mit den Fragen beginnen. Was jetzt beginnt, ist eine peinlich genaue Offenlegung von allem Wertvollen, das der Schuldner besitzt. Er muss hier vor wildfremden Menschen quasi alles preisgeben. Haben Sie heute Bargeld mit, Herr ***? Ja. Dann zeigen Sie mal her, dann gucken wir mal rein. 10 Euro. Da vorne ist noch ein bisschen Kleingeld. Ungefähr 16,50 Euro. Die sollen Ihnen auch bleiben. Besitzen Sie Uhren, Schmuck, Gold oder ähnliche Wertsachen? Nein. Halt, Stopp. Sie haben deine Uhr an. Zeige es mal her. Casio. Also er ohne besonderen Wert. Ohne besonderen Wert. 100 Euro hat die gehört. Der Gerichtsvollzieher ist extrem aufmerksam, denn er muss im Auftrag der Gläubiger herausfinden, ob es irgendetwas gibt, das wertvoll genug ist, um die Schulden des Mannes zu begleichen. Besitzen Sie weitere Sachen von Wert, unter anderem zum Beispiel Behelfsheime, Verkaufsstände, wertvolle Haustiere, Viehbestände, Zuchttiere, Reitpferde? Auch wenn alles genau im Computer erfasst wird, darf längst nicht alles gepfändet werden. Wertvolle Haustiere könnte man fänden, wenn es sich zum Beispiel um, ich sag mal, jetzt irgendwelche besonderen Zuchtkatzen handelt oder Hunde oder wenn man halt Reitpferde hat, das könnte man in Erwägung ziehen. Die Gänse, Hühner und Kaninchen, die der Rentner zur Selbstversorgung hält, darf er also behalten. Auch sein Kontostand wird erfasst. Hier bei der Vermögensauskunft gilt das Bankgeheimnis nicht mehr. Und der aktuelle Kontostand? Der müsste jetzt sich belauben auf ca. 10 Euro plus. Eine gute halbe Stunde dauert es, bis die Vermögensauskunft fertig ist. Etwa 50 Fragen hat Walter L. beantwortet. Das zählt jetzt zwei Jahre. Falls sich irgendwas bei Ihnen in den Vermögensverhältnissen ändert, werden Sie in den zwei Jahren erneut geladen. Da würde ich mich aber bei Ihnen melden. Ansonsten war es das für uns heute. Dieser Schuldner war kooperativ und will seine Lage selbst verbessern. Gerichtsvollzieher Pela kennt aber auch ganz andere Fälle. Typische Fälle sind Leute, die den ganzen Tag zu Hause sitzen, nichts machen, auch vielleicht mal eine Arbeit angeboten bekommen und diese Arbeit ablehnen und nur vom Staat leben. Das sehen Sie auch schon genau, da kommen Sie in die Haushalte. Es ist weder aufgeräumt, es sieht aus wie bei Händels und am Sofa, würde ich mal sagen. Nicht warten, sondern vorbeugen. Für Marlies Schmidt ist das eine der zentralen Aufgaben des Insolvenzhilfevereins. Die Prävention wird vom Landkreis Pregnitz gefördert. Und dazu gehören auch ungewöhnliche Hilfsmittel. Herr Pöppel, ich habe hier was, ein neues didaktisches Spiel über Geld. Ich habe bloß keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, ich hatte mir das schon mal im Internet angesehen. Das ist ja was für kleinere, ne? Ja. Naja, vier bis sieben. Vier bis sieben. Die ehemalige Heimerzieherin weiß, wie wichtig die Aufklärung gerade bei den Jüngsten ist. Weil ich über die Prävention spielend lerne, mit Geld umzugehen. Das Geld zu achten, Geld ist was wert. Der Wert des Geldes ist nicht mehr bekannt. Es muss ihnen einfach über eine ganz feine, schöne Art und Weise wieder beigebracht werden. Gut, Geld hat einen Wert. Und ich kann es nicht unbegrenzt ausgeben, wenn ich dann Schulden mache. Und wenn man mit ihnen darüber spricht, dass man sich nicht alles leisten kann, dann sehen die das auch ein. Aber es gibt ja Familien, da fordern die Kinder und fordern und fordern. Und das ist halt auch eine wichtige Arbeit, dass sie merken, manche Wünsche muss man halt hinten anstellen. Und man muss sparen. Der nächste Morgen in Hessen. Wie jeder Gerichtsvollzieher hat Roland Peller auch noch ein persönliches Büro in seinem Privathaus. Dass er hier mitten in seinem Vollstreckungsbezirk wohnt und arbeitet, daran hat er sich gewöhnt. Man muss das halt strikt trennen. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Also ich habe bisher auch hier in meinem Bezirk nur gute Erfahrungen gemacht. Ich sage halt immer, man muss die Leute als Mensch behandeln und mit Respekt. Und das habe ich auch meinen Anwärtern gesagt und da kommen sie eigentlich in den Beruf gut durch. Seine Anwärterinnen sind gerade auf dem Weg zu ihm ins Büro. Sadeta Schimmel ist fast fertig mit der Ausbildung. Sina Jena hat ihre gerade erst begonnen. Morgen. Moin. Morgen. Na ihr zwei. Heute haben wir viel vor. Ja, okay. Habt ihr gut gefrühstückt? Ja. Gut, ich auch. Dann geht's los. Die zwei Anwärterinnen unterstützen den Obergerichtsvollzieher, lernen hier die praktische Arbeit kennen. Wir tragen jetzt erstmal ein Vorlauf wie das Zahlungsverbot ein hier von der Rechtsanwaltskanzlei. Das habe ich gestern noch bekommen. Ich will heute eben 14 Uhr zur Volksbank. Da habe ich zwei Fübste zuzustellen, die habe ich schon fertig gemacht. Ja. Und bitte eine persönliche Zustellung fertigen für heute Mittag 14 Uhr. Punkt 14 Uhr sind wir da. Alles klar. Okay? Eine persönliche Zustellung durch den Gerichtsvollzieher ist wichtig. Denn im Streitfall könnte der Schuldner selbst bei einem Einschreiben mit Rückschein bestreiten, dass er ein Schriftstück bekommen hat. Der Gerichtsvollzieher hingegen beurkundet nicht nur die Zustellung, sondern auch den Inhalt des Schriftstücks. Also heute haben wir circa, ich schätze mal so 20 Schuldner, die wir anfangen müssen. Man trifft ja nicht jeden an. 80, 85 Prozent trifft man gar nicht an. Fester Bestandteil in jedem Aktenkoffer eines Gerichtsvollziehers, die Pfandsiegel. Das sind die sogenannten Kuckucks, das sind die Pfandsiegel. Wenn ich irgendeinen Gegenstand fände, wird halt ein Kuckuck angebracht, Pfandsiegel, kommt die Dienstregisternummer drauf, die Unterschrift vom Gerichtsvollzieher und halt der Name vom Gerichtsvollzieher. Und da wird halt an die Sache angebracht, dass die nicht nochmal irgendwie veräußert werden kann. Susina, ich nehme jetzt die Sateta allein mit und wir fahren dann schon mal Außendienst. Okay, machen wir so. Ob Gerichtsvollzieher wie Roland Peller oder Schuldnerberater wie Marlies Schmidt, sie werden auch in den nächsten Jahren viel zu tun haben. Seit 2011 steigt die Zahl der sogenannten überschuldeten Personen stetig an. Mehr als 6,9 Millionen Menschen können demnach ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Die einen, weil sie über ihre Verhältnisse leben, die anderen, weil sie kein Vermögen haben, keine Kredite mehr bekommen oder schlichtweg zu wenig verdienen. Ja. Ja.